Die Full-HD-Überwachungskamera mit großem LED-Scheinwerfer gibt es in zwei Ausführungen. Einmal mit LAN und einmal mit WLAN und LAN. Sie besitzt eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Auf die Netzwerkkamera kann per WC, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. Die Kamera mit dem integrierten LED-Scheinwerfer kann überall in Kombination mit vorhandener Beleuchtung eingesetzt werden. Dank Ihres lichtempfindlichen Objektivs ist die Überwachung von großen Bereichen in der Dunkelheit problemlos möglich. Der Nachtsichtmodus ist in Farbe oder Schwarz-Weiß möglich. Zusätzlich bietet die Kamera eine Bewegungserkennung mit Alarmierung. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Online-Shop unter alarm.de oder klicken auf den Link in der Videobeschreibung.